Musik Da sind wir auch schon in der Runde und ja, wir spielen auf der Map Sky, was ist er? Oh, da hat jemand mir Speedkey gegeben. Ja, das merke ich auch gerade. Oh, wir sind im gleichen Team. Und so, warte mal, ich schieße dann noch ein bisschen rum. So, zack. Oh, da sind Wolkenläufer. Leute, wieso kann ich nicht an den ran? Oh Mann. So, Leute, ihr seht, ich schieße heute die ganze Zeit das Blinken. Ich schieße einfach hoch und es blinkt einfach. Ja, ich kann es ja mal direkt enthüllen. Wir nutzen beide gerade einen der härtesten Aim-Bots, die es gibt. Der Pfeil fliegt und im Radius von elf Blöcken oder so war es, glaube ich, oder? Ja. Fliegt er einfach zum Target, Leute. Ich zeige es euch einfach. Ich schieße ihn nach da. Okay, da war keiner in Reichweite. Aber da, zack, ich habe den getroffen. Zack, zack, ich schieße nach da. Warte, lol, der hat den ein bisschen da hinten verfolgt, obwohl er da... Seht ihr, wie der die Kurve fliegt? Der ändert einfach während dem Flug die Richtung. Der driftet einfach ab. Ich muss noch Musik hier ein bisschen leiser machen, so. Also, auf jeden Fall, der driftet dann ab. Der geht dann wirklich dahin, wo hin muss. Wolkenlöffel ist ein bisschen schwieriger, weil er so die Wolke noch unter sich hat. Auf jeden Fall ist das mega OP und macht einfach mega Bock. Also, natürlich spiele ich hier dann jetzt nicht immer, aber es ist jetzt nur für so einen Schmoll. Mega lustig. Und die User... Keiner wirft mir auch vor, dass ich Hexe habe. Alle sagen so, boah, weiß, hat voll den Aim. Guckt euch das an. Ich schieße einfach rein. Zack, 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 zack. Wie das auch dann blinkt und sowas. Das ist so krank, okay. Oh, der König ist tot. Der rote König. Oh, unser König ist down. Nein. Oder, ja stimmt. Ja, guck mal, wir überle... Alter Boot, lass dann unsere Base verkeppen. Komm mal schnell zu unserer Burg. Komm schnell zur Burg, wir verkeppen uns. Oh, da ist einer. Wie ich den weghebe. Leute, ich geschieße. Der schieße. Sieht, der wieder einfach trifft. Oh nein, wenn er die Wolke... Ah, warte, einfach höher. Das ist so krank, OP. Ja. Leute, der trifft einfach so hart. Komm schnell hoch, komm schnell hoch. Bist du da? Okay. Warte, dann kommt der Ball an mir mal schöner. Zack, zack, zack. Oh, zwei Leute. Oh nein, 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 nein. Wir müssen am besten hier die Treppe kaputt machen, damit die nicht hoch können. Oh, der Blau King ist auch tot. Das können wir noch reißen. Das können wir noch reißen, Alter. Ja, mit unserem Bow Aim hier. Das ist natürlich kein Hack. Ich habe euch gerade verarscht. Das ist ein Troll im Troll. Das ist natürlich komplett mein Aim. Zack. Ich kann um die Hecke den Eifert treffen. Zack, 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 zack. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Warte, aber zack, 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 zack. Oh Leute, wie der einfach... Leute, der ist doch noch... Guck mal, Leute, ich schieße den da um. Zack, der trifft den. Das ist sowas von OP. Das ist so nice. Und besonders die Entstehungsgeschichte davon ist natürlich die beste. Jetzt werden wir aber jetzt nicht. Oh Gott, ich töte mich ja noch selber. Und wir leben noch. Oh Gott, ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und selbst mit Bow Aim sterbe ich hier. Aber ich bin bis jetzt noch keinmal verreckt die ganze Runde. Bodo ist immer am besten. Ja, das wird lustig. Ist es auch. Zack, zack, zack. Oh, ich kann nach da unten. Leute, der rennt da drunter. Ich schieße halt und der verfolgt den einfach. Das ist sowas von krank. Drei von... Warte mal, wir tracken mal hier. Vom 30 Blöcke da vorne. Da ist er. Wir schießen einfach mal hier drüber so. Oh ne, da hinten ist er. Warte, zack, 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 zack. Das ist so geil. Alter, wenn ich die treffe. Ganz weit hinten in der Ecke ist der und ich treffe einfach. Ja, das ist so geil. Dankerweise rennt nur weg hier. Meine Skills. Ich würde sagen, wir rennen eine kleine Runde hinten noch dran. So, wir kommen zur zweiten Runde. Wir spielen mit meiner anderen Map, nämlich Sky versus Hell. Oh Gott, ich liebe es, wenn Healer im Team sind. Die machen einen so schön schnell. Und Leute, was am geil ist, wenn ein ganzes Spiel beginnt, ihr könnt einfach die Pfeile rüber spammen. Und es trifft einfach alles. Aber ich habe, glaube ich, gar kein Aimbot noch dran. Ich habe wirklich getroffen. Solche Dinge so bling, bling, bling. Ich habe einfach wirklich getroffen. Alter, Leute. Boah, wie ich den wegschneide. Ich schieße einfach da drüber und der trifft. Boah. Zack. Was ich eine kleine Idee hatte, das könnt ihr euch auch mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von einem Hacker Day? Nach dem Motto. Das heißt, Hacken mögen ja viele im Endeffekt. Aber ist natürlich blöd. Aber es wäre ja fair im Endeffekt, wenn alle hacken dürften. Das heißt, einen Tag, wo jeder dann mit dem Kind Bogenschütze Bow Aimbot hätte. Das wäre eigentlich eine lustige Sache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Downy LP ist schon wieder dabei. Und dann schon wieder ist unser König tot. Egal. Wann neuer Bodo bist du? Ja, wir reißen das schon wieder. Ja, wir reißen das einfach. Na, komm hier die Leute. Na, kommt. Holt mich. Holt mich. Holt mich. Holt mich. Oh Gott. Ich sterbe. 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 Dann kommen die Leute nicht an einen ran. Ja, wenn mehrere hinter einem herlaufen, ist es immer schwer. Ja. Fuck, 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 fuck. Ich bin echt tot. Oh, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, selbst mit Bow Aimbot verlieren wir hier. Aber ja, das war so die kleine Vorstellung. Ich hoffe, euch hat diese kleine, etwas andere Trollfolge mal gefallen. Ja, wenn ihr auch so Ideen habt für kleine Trollplug, einfach in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch. Und wie gesagt, das mit dem Event könnt ihr ihm auch mal dann ein Like geben, wenn ihr auf sowas mal Lust hätte. So einen Tag. Ich würde das natürlich schön ankündigen. Und da könnten wir ja mal dann alle zusammen hacken, nach dem Motto. Das ist ja natürlich auf jeden Fall eine coole Sache. Nach mal danke an Bodo. Könnt ihr auch schön in den Kommentaren schreiben. Herzchen Bodo dafür, für das coole Trollplug hin. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.